Lamborghini Priwasser Lamborghini Priwasser ist auch dieses Jahr 2017 wieder auf der Rieder Automesse vertreten. Ein Lamborghini gilt seit jeher als Symbol für Individualität. Entwickelt, um die Luft zu zerschneiden und den Himmel zu verschmelzen, stellt der Huracan Spider den Höhepunkt des Geschmacks und der italienischen Handwerkskunst dar. Das maximale Potenzial des Huracan Spider drückt sich im Strada-Modus aus, der ein komfortables Fahrgefühl und maximale Traktion bietet und sich ideal für die Verwendung im Alltag oder auch auf Reisen eignet. Wenn Sie hingegen unterwegs auf Emotionen und Spaß setzen wollen, sorgt der Sport-Modus mit seinem leicht übersteuerten Verhalten für unvergleichliches Fahrvergnügen. Mit dem Corsa-Modus können Sie Rennfahrer-Erfahrung sammeln und die maximale Leistungssteigerung ausschöpfen. Auf der einen Seite haben Sie die unglaubliche Power- und Beschleunigungsfähigkeit eines V10-Saugmotors mit Mittelmotoranordnung und auf der anderen Seite zahlreiche Technologien wie das Lamborghini-Doppelkupplungsgetriebe und das elektronisch ansteuerbare Allradsystem. Auf diese Weise haben Sie in jeder Fahrsituation die vollkommene Kontrolle. Somit bietet Ihnen das Fahrzeug jeden Tag all die Kraft und all das Vergnügen, das Sie sich schon immer gewünscht haben. Der Erfolg des Lamborghini Aventador trifft auf den Mythos von Pirelli. Der Aventador Pirelli verfügt über all die technisch exklusiven Merkmale, die den Erfolg des Aventador weltweit gegeben haben. Wie das Monocoque aus Carbonfaser, den 12-Zylinder-Motor, die Pushrod-Aufhängung und den permanenten Allradantrieb. Außerdem verfügt dieses Sondermodell über eine exklusive Ausstattung, die speziell von Lamborghini für dieses Modell entwickelt wurde. Einen absoluten Blickfang der Karosserie stellt die feine rote Linie dar, die über das Dach, die Motorhaube, die Rückspiegel und die Außenprofile der Lufteinlässe verläuft. Dieses Stilelement ist ein unverkennbares Merkmal der Marke Pirelli, deren Logo sich am Anfang der Linien entlang des Dachs und auf den Reifen wiederfindet. Diese die Karosserie verzierenden Linien finden sich auch im Innenraum wieder. Als Zeichen für die Exklusivität dieser Serie wird jedes Exemplar mit einer Plakette ausgestattet, mit der Aufschrift Pirelli Serie Speziale.